In meiner letzten Folge vom Wort zu Montag Nummer 177 habe ich über die vertragte Angst vor dem Unbekannten gesprochen und mich auf das Phänomen von Scheinriesen und Scheinzwergen aus Michael Endes, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, bezogen. Hört noch einmal rein, wenn ihr mögt. Heute stelle ich euch Mose vor und seine spezielle Wüstenerfahrung, die eine ganz besondere Mixtur ist aus Angst und Kraftlosigkeit. Die Bibel erzählt davon, dass er derjenige ist, der den in Ägypten gefangenen Israeliten die Idee der Freiheit in den Kopf setzt. Mose schwärmt ihnen vor, wie sich ein Leben ohne Ketten und Peitschenhebe anfühlen muss. Und die Leute sind begeistert. Wer kann es ihnen verdenken? Wer führt schon gerne ein Sklaven-Dasein? Aber was Mose offenbar vergessen hat zu erwähnen, ist die große Wüste, die zwischen der Gefangenschaft liegt und dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Der Weg in die Freiheit ist immer mühsam. Nachdem man das Rote Meer wie durch ein Wunder hinter sich gelassen hat, ihr kennt die Geschichte, oder? Da beginnen die Probleme. Es fehlt an Wasser, zu essen gibt es auch nicht genug, die Beine werden schwer. Die Leute fangen an zu meckern und manche von ihnen fordern sogar, freiwillig zurückzukehren. Lieber ein voller Bauch in Unfreiheit, statt Freiheit und Magenknurren, sagen sie. Für Mose wird es eng. Er ist Prophet, Anführer und ja, so etwas wie ein Kindermädchen der Israeliten. Um alles muss er sich kümmern. Die Erwartungen an ihn sind riesengroß und er hat große Erwartungen an sich selbst. Das kommt dazu. Manchmal sind wir ja auch in unseren Allmachtsfantasien gefangen. Nach einer Weile aber, kein Wunder, merkt Mose, wie ihm alles über den Kopf wächst. Psychologen hätten damals bei ihm einen Burnout diagnostiziert. Aber Mose kann sich glücklich schätzen. Sein Schwiegervater Jitro, der ist ein guter Beobachter und er wagt es, den großen Mose zu kritisieren. Mensch, Mose, sagt er, was du hier machst, kann nicht funktionieren. Du überforderst dich und du überforderst auch deine Leute, weil du ihnen ganz allein niemals gerecht werden kannst. Never ever. Hol dir also Hilfe an die Seite. Menschen, die vertrauenswürdig und rechtschaffen sind. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, Mose hört auf seinen Schwiegervater und wählt 70 erfahrene Männer aus, die ihm helfen sollen, dass der Weg in die Freiheit gelingt. Warum mir diese alte Geschichte so gefällt? Weil sie mich daran erinnert, dass ich nicht alleine meine Runden durch meine Lebenswüsten drehen muss. Nicht im Beruf, nicht in der Familie, nirgendwo. Moses Schwiegervater inspiriert mich, nach meinen 70 Hilfen zu suchen. Ich bin mir übrigens sicher, dass auch ihr diese 70 Sympathisanten habt. Vielleicht müsst ihr auch gar nicht lange nach ihnen suchen, weil sie da sind. Eure Verbündeten, denen ihr trauen könnt und die manchmal nur darauf warten, dass ihr sie fragt. Kannst du mir zur Seite stehen? Wisst ihr, wer in meine persönliche Liste der 70 unbedingt aufgenommen wird? Dietro, der den Mut hat, Mose zu kritisieren. Und auch Mose, er überwindet seinen Stolz und nimmt Hilfe an. Andere Menschen tragen ist das eine. Sich selbst tragen zu lassen, ist oft die schwerere Lebensübung. Ich weiß, wovon ich spreche. Bleibt behütet.